Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, wir sind Blum und Rom. In einer Zeit, in der die Rechten wiedererstarken, ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Wir haben Texte aus dem Tagebuch der Anne Frank auf Texte von Adolf Hitlers Mein Kampf dran lassen in dem Programm Annes Kampf. Dieser Zusammenfall ist deswegen so fulminant, weil das Programm deutlich macht. Diese Sprache von damals, sie ist wieder da. Die Ideen, sie sind wieder da. Das zeigt aber auch deutlich und auf eine ergreifende Weise, wohin diese Ideen führen, was die Konsequenzen sind. Und nun müsst ihr uns helfen. Wir wollen dieses Stück in einem der großen Theater in Berlin spielen, damit es so viele Leute wie möglich sehen und es wichtig ist, dass es gesehen wird. Und jetzt brauchen wir euch. Ihr müsst uns unterstützen, dass wir dieses großartige Programm nach Berlin in einem der ganz großen Theater holen. Und wenn ihr uns dabei helft und es schafft, dann ist das ein wichtiges Zeichen gegen rechts. Und gegen Rassismus. Ganz wichtig. Das Programm gehört nach Berlin mit Liedern aus der Zeit. Liedern aus dem Ghetto, aus dem KZ, aber auch lustigen Durchhalteliedern und Schlagern, die die Leute abgelenkt haben und damals schon amüsiert haben, mitten in der Katastrophe. Helft uns! Unterstützt uns! Es muss in die Hauptstadt! Es muss hierher! Und da müsst ihr uns helfen, damit wir Werbung machen können, damit alle Leute wissen, ja, es findet hier statt, hier müssen wir unbedingt hingehen. Danke euch dafür! Danke! Sam Entertainment und... LUM und ROM! Wir tanken euch und wir sehen uns wieder. Hier! Als alle Völker, groß und klein, sollen Taker sich verstehen. Und Kring und Milch und Bäscht sich bagen. Spiel, Spiel, kläse mir das Spiel. Weiß doch, was ich mein und was ich will. Spiel, 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 a Liedelefarmier, Spiel an Igenden mit Arz und mit Jephi.